Hallo und herzlich willkommen hier auf der Lohnhausen, die Map, die neu von mir ist. Ja, ich habe gerade hier angefangen neu. Ich habe hier noch die Autos eingebaut. Ein paar parkende Autos, die dann da oben überall ein bisschen rumstehen. Und ja, wir zocken einfach mal ein bisschen. Man kann ja auch dann ein bisschen gucken, wie das Ganze so ist hier. Hier geht eigentlich ganz gut. Auch Helfer geht wunderbar hier. Kann man gut verwenden, wenn man es möchte. Einfach mal so. So halt. So, ich wollte eigentlich hier mal den Drescher ausgebauten hier. Wir haben ja hier einen schönen Drescher. Ist zwar nicht der ganz große, ist der kleinere, äh, also einer von den kleineren, also. Ist jetzt nicht ein großes, neun Meter geht schon für den Anfang. Und zum Fahren geht das wunderbar hier. Wenn man jetzt hier guckt. Beispiel hier hängen bleiben, ist nicht. Da ist der Poli drin. Muss ja sein, wenn man da große Fahrzeuge hat. So, das Fahrsilo ist hier. Mach ich aber dann noch weg. Wenn ich nämlich dann nachher Vernährungsgras mache. Ich mach jetzt extra Außenansicht, dass man etwas sieht. Jetzt gehen wir nämlich gleich nach oben. Zum eigenen Feld, das schon bereit ist. Ich hab noch, ähm, ja genau, jetzt muss ich speichern. Ich hab noch zwei Felder hinzugefügt. Also man hat drei Felder am Anfang. Was eigentlich, ja, wenn ich anfange, ist das eigentlich okay, oder? Man muss jetzt nicht zu viel und nicht zu wenig haben. Also, man sollte schon arbeiten können. Mein Lieblingsfeld ist, ähm, das hier? L4. Mach ich immer Vermehrungsgras drauf, aber, äh, da ich ja die Preise erhöht hab, kostet das ein bisschen viel Geld? Hab ich nicht. Hätt ich schon, aber mach ich jetzt nicht. Ähm, ja, ich fahr jetzt einfach mal so, ne? Ich fahr einfach mal so. Hab ja eh keine Zeit. So, jetzt brauch ich noch irgendeine Scheiße. Jetzt hab ich keinen Tracker-Brei. Ups. Bisschen ruppig heut. So. Also, was gibt's bei LS1, äh, 22, nicht vergessen, 22, nicht LS21. Ich hab's korrigiert. Das ist, ich hab ja nämlich hier so ein T-Leer. Ich muss jetzt noch außen. Weil, da war nämlich schräg, aber eigentlich ist es wieder schräg. Guck mal, komisch, ja. Ja, du kannst jetzt hier mal ein bisschen arbeiten. Und der hat sich hier gleich mal die Strecke gesichert. Besichert? Ja. Ich wüsste wahrscheinlich, eigentlich müsste ich warten, ne? Ja, ja. Ist ich schon so, ne? Dann können wir ja den Düngerstreuer schnell nehmen. Ja, irgendwie hab ich Probleme. Also, das ist, ähm, ne? Laut, äh, hier, äh, Dings, ähm, ja, zu kotzen, ne? Hab ich, äh, hier, X-Probleme hier. Ähm, Grafikprobleme. Ähm, FPS geht einigermaßen. Naja, also man hat schon hier einigermaßen guter FPS. Aber, Windows Update hat natürlich da, na, sie haben es aber wieder mal hingekriegt, dass man hier grafikprobleme hat, also mit GIFOS jetzt. Ähm, ähm, äh, was sie eigentlich wollten, oh, das brauch ich nicht. Äh, was sie gesagt haben, ist, äh, einfach zurückinstallieren, oder zurückpatchen, die Windows. Aber, äh, ne, hab ich keinen Bock drauf. So, also, wir haben das schon gesehen. Das haben wir noch nicht gesehen. Letztes Video. Ähm, ich hab hier extra schon eine schöne Einbau gemacht. Reicht ja hier bis hierhin. Weil, ähm, ja, ich hab den Baum auch weggemacht, dass man besser rein- und rausfahren kann. Muss einfach sein. So, ich stell jetzt den mal hierhin. Äh, leider noch. Stell, ich, äh, hierhin. Heilige Scheiße. Tonke geht auch hier. Also, kein Problem. Waschplatz. Kann man sich, kann man sich, kann man sich irgendwie einrichten. Man kann ja auch das Feld 6, wo wir jetzt gerade reingefahren sind, bei der, die Treibesinnung, kann man natürlich auch verwenden, und kann dem, platzieren, also jetzt, planieren, und dann platzieren, kann man sich da noch irgendwelche Sachen hochballern. Also, ich weiß nicht, wenn du noch mehr Gebäude brauchst, du ballerst da rein, da holst du noch mehr Gebäude rein, oder irgendwelche Produktionen, oder sowas. Funktioniert. Äh, verbaut ist ja Vermehrungsgras hier. Äh, was ja eigentlich geil ist. Also, ich find das schon, das ist schon, das ist schon etwas, das geil ist. Was ja bei LS, ähm, 22 wahrscheinlich kommen wird, was ich denke, was eigentlich logisch wäre, wäre, Erbsen? Ne, weil ja jetzt, ne, ist ja klar, ne, Wurst mit Erbsen, also aus, äh, Ding, ne, so, ja, wo haben wir denn, Erbsen wäre schon, wäre, äh, was, ne, es wird, ich denke, es wird schon mehr geben, ne, Ach, ne, nicht, ich, hab, 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 ich will dort nicht, ich, ich brauch kein Stroh, mach weiter, ich brauch doch kein Stroh, äh, die, äh, 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 ich brauche den noch zum Düggen, äh, ja, was noch geben wir das Spiel ist eigentlich hier, ähm, ähm, was ich schon gesehen hab, ne, also ich glaub, das haben einige gesehen, bei den Bildern von Giants, ähm, Autoschilder, also Nummernschilder, äh, es ist nicht mehr so, ähm, ähm, abdeckvoll, gucken, wie wir den hinkommen, Autoschilder, äh, Nummernschilder, also, ich weiß aber nicht, ob man die, äh, stellen kann, äh, wie das, oder ob das einfach nur Standard ist, äh, ob das über die XM laufen würde, äh, kann ich mir nicht, weiß ich nicht, wär ja schon cool, also man könnte es, theoretisch, äh, theoretisch, schockieren, also, äh, ja, eigentlich schon, ne, müsste, theoretisch, könnte man ja so ein Paint machen, ja, aber das weiß ich nicht, also, das könnte schon sein, dass einfach das nur eingebaut ist, mit Texturen fertig, so, aber ob man die einstellen kann, weiß ich nicht, ähm, ja, was man gesehen hat, es sind, hier neue Budentexturen, ich weiß jetzt aber auch nicht, ob das mit dem Ding schon eingebaut ist, dynamischer Buden, eine ganz wichtige Sache, haben sie noch nicht gezeigt, das wird wahrscheinlich eins der Highlights sein, was dann eher später kommen wird, ähm, ja, ansonsten gibt es ja drei Maps dann, was, die erste Map, ist ja wieder amerikanisch, haben wir auch mal gesehen, Season Mode, also der Season, es ist so, so, so normal, Schnee und die ganze Mischkacke, ist natürlich schön, wenn man es einstellen kann, und ausschalten kann, kann man wahrscheinlich schon, ja, also, ich brauche meistens ohne, aber es wäre schon, dann interessant, zu, gucken, wie das dann ist, was das von scheint, äh, ja, zum Mappen hoffe ich, dass es einfacher wird, mit den Feldern, weil das, ist immer, das, so viel Arbeit, du musst ja das Feld viermal anfassen, dass es endlich fertig ist, das ist einfach, das muss nicht unbedingt sein, das geht auch schneller, also einfacher, ne, wenn man das jetzt mit dem, äh, Farmlands, oder, ja, mit dem, mit dem Ding halt ein, äh, stellt, oder einbaut, müsst ihr ja eigentlich die Nummerierung selber machen, das wäre einfacher, das wäre schon, das ist, das wäre schon geil, aber ansonsten, ähm, Kuhstall, der kam mir irgendwie bekannt vor, der Kuhstall, war das, Arsch, ach, geht doch, ich wollte jetzt gerade sagen, was habe ich denn jetzt wieder gepasst, das runterlassen, Kühe machen wir dann später, achso, wir haben ja die Zeit schon wieder, Scheiße, gut, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, ähm, gibt es wahrscheinlich dann, weiß ich nicht, wir sehen es ja, ja, wir haben ja noch, wenn wir uns, ja, gut, also, ich sag tschüss, wir sehen uns, bye bye.